Setzt deine linke Hand um nach innen, also die ist von innen an deinem Fuß. Und jetzt gehen wir in einen Twist. Also du drehst dich zu deinem Bein, zu deinem linken Hand auf den Oberschenkel und twistest hier aus der Wirbelsäule. Achte auf deinen Stützarm, schieb die Hand in den Boden. Und jetzt bringst du die Arme auf Schulterhöhe, Handinnenfläche Richtung Boden. Verankerst dein Kreuzbein, gehst in den Leg Circle. Du kreuzt das Bein und kommst drüber, das Becken ist ganz stabil und du bleibst neutral mit dem Becken. Genau. Und dann bleib hier oben, heb das rechte Bein und jetzt kleine Bounces. Bounce, bounce, bounce Richtung Boden, weiter atmen. Entweder du bleibst hier oder zum Abschluss hebst du nochmal den Fußballen von deinem Standfuß. Am Québec, dein discriminator täglich Ioakuinradio. Verankerst deinem Gedanken. ... jetzt kannst du noch die Abkommen zu geben.